FM4 ORF AT slash Podcast FM4 Mitternachtseinlage Projekt X Ladies and gentlemen, we proudly present Projekt X Deheterodon High Quality Sound Recreation Explosion For your personal diffusion process Psychological Power Pressing Mission Assassination So, der Herr, trinkt mir noch einen Punsch? Ja, wie spät haben wir es denn? Zwölf Uhr, ich werde es langsam zuspüren, länger darf ich nicht. Nein, schauen Sie, einer ist bei mir immer noch gegangen, nicht? Ach so, nein, gut dann. Aber prinzipiell vom Gesetzeswegen an, für sich müssen wir zuspüren am Mitternacht. Ja, dann probiere ich noch einen. Was wollen Sie denn für? Welchen haben wir noch nicht ausprobiert? Den Bio habe ich schon gehabt, den... Vielleicht einen Pferdscher. Was ist ein Pferdscher? Mit ein bisschen Pfirsichgeschmack. Das sind ein bisschen Mädchen, oder? Ja, die Damen haben es auch gern. Nur wenn sie einen richtigen wollen, dann gebe ich ihnen einen Punsch mit einem Schuss Vodka. Raschenroulette heißt das bei mir. Raschenroulette? Nein, Raschenroulette. Raschenroulette. Wissen, gehörst du? Ich habe immer gesagt, Raschenroulette ist einfach, wenn man... Was? Also ein Mann. Das war ein Taschenpelaar. Taschenpelaar, kennen Sie noch Ausdruck? Achso, wenn man mit dem Kugel spielt. Nein, klar, ich kenne das nicht. Aber wie geht das Taschenroulette? Wenn ich sage, ein Roulette, dass sich etwas dreht, oder was? Da fällt mir jetzt nichts dazu. Darum habe ich mich gewundert, wie das gehen soll. Dass das vielleicht das Kugel irgendwo rein... Nein, probieren Sie einen Raschen. Kann ich sagen, müssen Sie mit dem Auto fahren? Nein, mit der U-Bahn da. Was ist denn im Bernpunsch drin? Im Bernpunsch? Naja, das Grundding ist ein normaler Punsch. Und drinnen haben wir so einen Wacholder-Schnaps, der zugesetzt ist und dazu ein bisschen, ein Riebischen Wein. Also keine Braunbären und keine Eisbären. Nein. Ich glaube, da sitzen wir in einem Bier. Nein, nein. Dass wir in einem einen Bier aufbinden. Nein, wissen Sie was? Da bin ich in einem kleinen Bier. Ich probiere mal den Pfirsich. Ich probiere mal den Pfirsich. Im Pfirsich? Wo Sie gesagt haben, das ist Mädchen. Ja, aber Sie haben es ja mal einen Gusto gemacht. Das ist, ich sage, ja. Gleich ist es ein bisschen süßer. Und ich sage, der Arscherlade fährt mehr. Das ist etwas Männlicheres. Das sage ich schon. Ja, das bin ich ins Zweifeln. Sie sind vorhin im Arscherlade. Ja, wenn Sie mit der U-Bahn fahren, ich fahre in einen Arscherlade. Dann nehme ich den. Ja, mache ich in einen Arscherlade. Na bitte. Sind Sie ganz einsam da? Ja, ich weiß nicht. Frisch ist es geworden jetzt plötzlich. Die Leute gehen heim. Oft gehen sie. Die meisten gehen um eine Zähne oder was, wo sie Familie haben. Nein, jetzt nicht so. Sie sind um eine Zähne schon heim. Oder was? Kalt ist gut. Ja, kalt ist gut. So, bitte sehr. Ja, danke. Kassen Sie lange. 52, bitte. Oder zahlen Sie nachher. Ja, machen wir noch. Das wollen ja. Und? Was sagt der Herr? Nicht gut. Nicht schlecht, oder? Also, anders ist es schon anders, aber es ist eh nicht so süß eigentlich. Geht. Es ist echt lecker, ja? Also, mir schmeckt es gut. Wollen Sie auch einen? Ja, ich habe ja gerade ein Ding, ein Tee, habe ich mir. Ein Tee mit rum. Jens, wollen Sie lieber kein Semmel dazu? Ja, das passt super. Was könntest du mir dafür empfehlen? Ich schneide in eine Asche meinen Leberkass runter und tue ihm eine in eine Semmel und, ja, weiß nicht. Ich habe heute noch einen frischen Pferdeleberkass. Gut, es ist wegen den Pferden ein bisschen. Manche wollen den Pferden nicht, weil sie werden ihnen die Pferde leiten. Aber ich sage einmal, schauen Sie, es gibt Pferdeleder, Schuhe, es gibt so viele Sachen. Gibt es schon, echt, schon was? Na ja, sicher, Pferdeleder. Gart und Wanne, ja klar, gibt es das, ja. Na ja, gut, Pferdehufe gibt es ja auch, warum nicht? Pferdehufe gibt es auch. So lange Pferdeschuhe, ne? Ja, nein, man sagt, haben Sie gewusst, dass im Englischen, vom Englischen her, sagt man, zu den Hufeisen, was man rauf hat auf die Hufe von den Pferden, sagt man, heißt Schuhe. Ach schon? Ja, ist lieb. Das finde ich einen lieben Ausdruck. Das ist, wie die Schuhe, weil früher, wenn Sie jetzt hernehmen, ein Pferd im Wilden Westen, wo es war, drüben bei den Amerikanern, ja. Wenn die Pferde in der Prairie geritten sind, gelaufen, ja, galoppiert, ja, auf dem weichen Boden hat es ihnen nichts gemacht. Aber dann haben sie gemacht die Pflastersteine, was wir haben, was wir in Wien früher gehabt haben, und auf die harten Steine, das war nicht gut für die Hufe. Und da haben sie ihnen auf die Pferdehufe, haben sie ihnen das eine in das Horn reingehaut, ne, mit einer Nagel. Das hat der Hufschmidt gemacht, ne? Und von dem her kommt das heiße Schuh, weil das ein Pferdeschuh ist, wo sich die Pferde ausziehen, als Schutz eigentlich für die Haxen, ne? Aber gut, jetzt kommen wir vom Pferdeleberkasten. Und das tut ihnen nicht weh, die Pferde, wenn man das annagelt? Naja, ich weiß es auch nicht, die waren noch nicht dabei. Es wird wahrscheinlich nur Hohen sein, ne? Ja, es ist, es war gut, wenn immer, wo sie in einen Nagel eine Hals sind, ist auch nicht angenehm, ne? Aber, ja, ich weiß, da soll ihnen ein Leberkatzsemmel riechen, in der Mitternachtssnack? Ja, bitte. Nehmen sie einen Senf drauf, oder? Haben sie einen Gurkerl? Gurkerl habe ich auch, ja. Oder ein Ding, ein Pfefferoni, wenn sie es ist. Super, ist ein guter Ding. Ich sage ihnen was. Oder geben sie mir eine Semel mit Pfefferoni und eine mit Gurkerl. Das ist, sie haben das beste Menü, das ist mein Lieblingsmenü, Arraschner Roulette Punch, mit einem, wissen Sie, da ist ein Schuss Wodka drin und dazu ein Pferdeleberkäse in einer Semel mit einem scharfen Peperoni. Das ist das Beste, was es gibt. Und das, mein Herr, das, mein Herr, das sind die Momente, wo ich sage, das ist für mich Weihnachten. Da bin ich glücklich. Ja? Ja, machen wir das. Ja, bitte gern. So, da haben wir einen Lieblingssimmel mit einem Peperoni. Jetzt sind Sie schon mit dem Punsch fertig, daher? Ja, dann nehme ich noch vielleicht ein Raschen. Ein Raschen? Klar, mache ich Ihnen noch einen Raschen. Aber es ist ja nicht das erste Mal da, was? Machen Sie mir einen Raschen, kein Langsamer, was? Ja, ja. Nein, ich bin nicht das erste Mal. Gell, weil vom Gesicht her kenne ich ihn schon. Sie kommen nicht jetzt. Ja, wenn ich mir zeige, er sollte nicht hier. Ja, vom Gesicht her sieht man halt, wenn man hat, so ein bisschen. Arbeiten Sie in der Gegend, oder was? Naja, nicht ganz direkt. Ich arbeite unten beim Ding, beim Schwedenplatz, aber... Aha. Wo ist es tanzen? Darf ich fragen? Ich bin beim Theater. Beim Theater? Schön. Als Schauspieler? Nein, nein, ich arbeite als Dramaturg. Als Dramaturg? Was macht der genau? Das weiß ich jetzt nicht. Man muss jetzt schauen, was man für Sachen spielt und was für Stücke gespielt werden und das Ganze betreuen, wie die tun und was die machen. Aha, ja. Interessant. Also ein Manager mehr? Ja, Theatermanager kann man sagen. Aha. Und das heißt Dramaturg? Ja. Ja. Das habe ich noch nie gehört, dass das ein Beruf ist. Ja, eh noch nicht lang. Also das ist erst seit der EU. Aha. Seit dem Anschluss an die EU. Verstehe. Beidritt sagt man. Ja. Und ja, das war, das früher, hat es verschiedene Namen gegeben, auch international, jetzt ist das genormt. Verstehe. Ja. Müssen wir eh schauen, wie es ist. Das ist viel jetzt bei der EU, es ist viel genormt, aber letztendlich ist alles teurer geworden. Ja. Der Euro macht alles teurer, ist auch teurer. Ach, das ist eh. Nein, das sagen viele, aber das ist was dran. Und durch die Ausdöffnung jetzt. Ja. Tut mir leid, ich bin eigentlich schon zu, ich darf eigentlich noch zwölf, ich darf ihn nicht mehr. Ernst, nein, das ist, jetzt sehe ich da, ich komme extra zuweg, wogelt, hören Sie, tun Sie mir das nicht aus, es steht eh noch ein Kunde da. Sind so gut was aus. Ja, gut, der Herr trinkt nur mal aus. ich trink auch nur noch aus, wenn Sie mir was hergeben. Aber keine Frau, ich kann Ihnen auch nicht, Sie wissen nicht von der Behörde her. Sie kennen nicht, Sie wollen nicht. Na ja, wo ist denn die Behörde? Wo ist denn die Behörde jetzt? Gnädige Frau, wenn es von mir ausgeht, können Sie bis um fünf in der Früh, können Sie hier stehen. Aber ich glaube auch, wenn Sie wollen, dann brauchen Sie jetzt nur dort einschenken und der Herr ist eh noch voll mit seinem Glasl und ich tue Ihnen in der gleichen Zeit, wo der Herr seinst trinkt, trinke Ihnen wahrscheinlich zwei. Aber das hat dann keiner gesehen. Ja, weil ich auch nicht bin von der Schnönen-Abteilung. Das hat dann... Weil ich verzwitsche, ihm vorbeigehe eigentlich, automatisch rechts, links, aber ich gehe hier aufs Rothaus. Aber das hat dann, wenn ich jetzt in einem... Dann sind wir jetzt gar nicht... Das ist ja gar nicht das Rothaus-Moment. Nein, das ist die Kohlskirche. Die Kohlskirche. Schaut aber ähnlich aus. Er hat auch so tümmel. Aber schön. Aber es sitzt kein Heipel drinnen. Na schön. Nicht ein Heipel. Der sitzt nur im Rothaus. Nein, aber das ist ja schöne Kirchen. Aber sie müssen sich... Können Sie den Steinhaufen in Mauer von einer Kirchen? Die Wotroverkirchen? Die Wotroverkirchen? Das ist ein Wahnsinn. Und für das wird der Zeit der Bücher. Ja, ich meine... Ich sage einmal, das ist eine Kunst. Da kenne ich mich nicht aus. Da kennt sich keiner aus. Aber das ist ja Blödsinn. Das ist ja das... Keiner Kind bauen. Wirfen. Übereinander. Irgendwie. Nein, aber was haben Sie für einen Wunsch? Ich gebe Ihnen einen ganz normalen. Ist das in Ordnung? Ich weiß nicht. Was ist heutzutage noch normal? Naja, was ist der normale? Wollt es einen süsseren oder eher ein... Nein, ich bin kein süsser. Ich brauche... Ich brauche... Wenn ich ein Lokal gehe, sage ich... Brauche ich kein Dessert. Ich bin kein süsser. Ich sage es Ihnen, wie es ist. Ich bin kein süsser. Naja, dann gebe ich Ihnen einen normalen Wunsch. Sonst hätte ich Ihnen einen Bärenwunsch empfohlen. Einen Bärenwunsch? Der Bärenwunsch, das holt sich für mich... ...schon wieder ein bisserl noch mehr an. Das ist Wacholder. Wo ist ich normal? Das ist mit einem Wacholder. Mit einem Wacholder? Mit einem Gin? Nein, mit einem Wacholder drinnen. Mit einem Wacholder Schnaps? Ja, mit einem Schuss Wacholder Schnaps. So habe ich mir gedacht, der tut mir schon das Zweig alleine von dem Wacholder. Brauche ich einen Wacholder-Strauch im Kassel, nun? Ein Wacholder-Schnaps und ein bisserl Preiselbeere. Das ist mir alles zu gemüselast, ehrlich gesagt. Haben Sie jetzt vielleicht einen raschen Expedit? Oder Black Danger? Der Herr hat einen raschen Roulette drungen. Einen raschen Roulette? Was ist ein raschen Expedit? Das ist, ich sage, ein raschen Roulette, sage ich kaum, sage ich, ist ein angenehmer Einstiegsdroge, sage ich, bin ich dabei, ein raschen Roulette. Aber, okay, Frau, ich will Ihnen... Das ist, was ich meine, den tue ich so, den Zwitscher eben vorbeigehen. Ich will Ihnen nicht jetzt irgendwie ding, aber es ist nicht der Erste, der heute mal was trinkt. Nein, heute komme ich ja von der... Wir haben ja Weihnachtsfeier gehabt von der Bude. Aha. Und er, der alte Chef, war auch da, ne, und hat Eickelhands. Also... Und ich pfeife eh drauf. Ich hau eh einen Hut drauf. Ich sage Ihnen morgen, eh, morgen gehe ich rein in die Bude und sage Ihnen, es ist Schluss. Nimmer mehr mit mir. Was ist Ihnen denn passiert? Nein, nein, das ist ja alles... Heißt, ich will ja, ich komme ja hier zum Vergessen, nicht... Ach so. Nicht, dass ich noch... Nein, ich will einfach nimmer. Ich will eine Pause. Ich muss das in Ordnung sagen. Ich mache eine Pause auf eine bestimmte Zeit. Die Leberkassemüll war in Ordnung. Die war herrlich, ja. Ach so, also, wir haben es recht gehabt, ja. Sehr zu empfehlen, ja. Ich sage Ihnen auch was, ich mache was. Die zweite schmeckt immer noch besser. Ich isse immer auch Leberkassemüll. Ja. Und dann, wenn ich noch eine zweite isse... Ja, ich habe schon zwei gegessen. Eine mit Gurken und die mit Pfeffer ohne, ne? Nein, dann müssen Sie eine dritte. Alle guten Dinge sind drei. Ja. Ich mache Ihnen eine Angebote. Und dann steht es, ich habe schon zwei eine zwischendurch. Ich mache Ihnen ein Angebot daher, passen Sie aus. Ja, Chef. Moment, aber ganz kurz nur. Ich muss Ihnen ein Angebot machen. Nein, machen Sie ein Angebot. Ich gebe Ihnen ein Leberkassemüll mit einem Kaseleberkass. Was? Und dazu kriegen Sie nur eine zweite mit einer pekannten Leberkassemüll. Eine pekannte, das ist mit dem roten Ding drin. Genau, mit dem roten Ding. Ja, die mag ich gar nicht so gern. Probieren Sie meine aus. Meine ist wirklich gut. Da glauben Sie, Sie sitzen im Urgang bei der Paprika. Ich glaube, Sie sind unten bei der Paprika. Ja, aber das ist ja das. Ich bin kein Paprika-Tiger in dem Sinn. Aha. Ja, dann kann ich Ihnen noch was aufbieten. Da müssen Sie mir ein nächstes Angebot machen. Wissen Sie, was ich habe? Ich habe eine Knoblauchstange, wo drinnen verarbeitet sind, so Cabanossi. Warm, das ist warm. Das schmeckt herrlich. Das ist, wir waren zusammen, Langosch, wo es um eine Cabanossi umgewickelt ist und das Ganze warm. Das ist alles in einem Fett ausgebrochen. Das gebe ich Ihnen zum Kosten dazuzulagen. Das heißt, da haben wir einmal eine Langosch Cabanossi, dann haben wir noch einen Kassleberkass. Wollen wir ein Gurkerl dazugeben? Ja, bitte. Ja, nehmen Sie ein Gurkerl und vielleicht noch einen Wodka, einen Araschen-Roulette-Punch? Ja. Für die Dame mache ich einen, ne? Ja. Ja, da bin ich dabei. Ja, dann mache ich einen Ding. Moment, Herr Schäfer. Wie schaut es aus, mich wundern bei der Dame? Na gut, Sie machen mal zehn, da ist es wieder. Na ja, da bin ich ja, das Angebot, da bin ich ja sofort dabei. Das hört sich ja wirklich gut. Nur, es ist ja kein Pferdeleberkass, ne? Habe ich auch. Nein. Ja, habe ich auch einen Pferdeleberkass. Na, aber den will ich nicht. Wieso? Nein, wir tun die Viecher nicht. Naja, die werden ja sowieso. Wissen Sie, wenn sie alt sind? Ja, aber haben sie einen dann auch. Das ist ein Bio. Ein Bio? Ist ein Bio, ja. Was, der Pferdeleberkass? Das ist ein reiner Bio, ja. Das gibt, das ist kein Bio. Ich glaube, der Bio kann gar keine Pferdeleberkass sein. Das sind Pferde aus Bodenhaltung, ne? Das sind reine Bodenhaltung, ja. Das sind die Bohnen. Die Bohnen, das sind dann nur Bohnen, oder was? Nein. Was? Das ist ein Bio. Wie können Sie mir vertrauen? Kostos? Ne, aber sagen Sie mal, aus was für Viecher sind Sie eigentlich, sagen Sie es überhaupt noch nie überlegt, aus was für Viecher sind denn die anderen eigentlich, der Leberkass? Die anderen Leberkass? Na ja, aber Schweine. Das ist ein Schweiner, ja. Gut, letztlich müssen Sie die auch. Ich sage das Gleiche, ja. Sozusagen ist der Job, ist der Job von denen, dass die letztlich angeschlagen werden, in Schlachthofen, oder bei den Sprechern. Ja, gut. Aber ich mache Ihnen ein anderes Angebot. Kennen Sie schon eine Salamucci-Pitsche? Was? Eine Salamucci-Pitsche? Salamucci-Pitsche. Stöhnen Sie in der Fuhrland, oder? Stöhnen Sie in der Fuhr, in einem Moment, habe ich das jetzt richtig gehört? Das ist ein Schä-Offensiv. Hören Sie, Sie kennen mich ja noch gar nicht. Stöhnen Sie in der Fuhr. Hören Sie? Stöhnen Sie in der Fuhr. Ja gut, da haben Sie Ihnen auch schon verraten, Hörens. Der zieht mich ja aus mit den Augen, die kann ich nicht sagen, was da hinten der Bull steht. Was? Hören Sie, das hat mir auch noch keiner gesagt. Ja, ich bin ja nicht aus dem Film, Der Dame hat es schon geschmeckt. Ich bin ja nicht aus dem Film, wo der mit den Postlerschultern, wo es ihm der Mission Impossible ausspielt. Der Tom Krause. Der Tom Krause. Ich bin ja nicht aus dem Film von Tom Krause, wo er im Barmen spielt. Da sagt sie, steht auf meiner Stirn, fuck me. Weiß? Ja. So ist sie nicht bei mir. Nein, die Frau, das haben Sie missverstanden. Ich weiß es, kein Spaß. Nein, ich weiß es. Nein, aber ein Freund. Es ist so schnell eine Belästigung, wie dann unterstellt. Nein, du brauchst nicht bei mir keine Angst, ich bin ja kein Kind von Traurigkeit, letztlich. Nein, aber kennen Sie das? Dankeschön. Dankeschön hört man immer wieder gerne, auch von einem so Gebuntstandler. Na ja, warum nicht? Jetzt haben wir schlechtere Menschen ein Punkt. Na ja, eh nicht. Eh nicht. Aber jetzt passen Sie auf, ich erzähle Ihnen was. Alangos-Bitscher. Ja. Ist, stellen Sie uns... Das gäbe ja nicht was. Das ist der Beste. Ja, er ist wirklich der Beste. Alangos, ja. Na, was wollen Sie gut tun? Nein. Nein, stellen Sie mich vor. Nein, ich will sie... Nein, ich will sie... Nein, ich will sie... Nein, ich will sie... Alangos, ja. Alangos. Und drauf mit Fisch mit Knoblauch-Eigrim und drauf lauter Knoblauch-Salami-Stickerln. Und das Ganze wird dann zusammengerollt. Schmeckt herrlich. In einem Fett raussefrittiert. Super. Hört sich gut für mich auch. Ich weiß noch nicht, ob es zum Raschen... Halt, das ist mir noch rausgekommen. Nein, Moment, da hören Sie... Entschuldigung. Meine Dame, Sie können nicht so lange gekundet da alles. Ja, eh. Nein, Entschuldigung. Was sagen Sie da her? Nein, ich lasse ihr so leise. Der riecht dann immer nachher. Was? Ich lasse immer so leise. Die riechen da für mich. Nein, muss ich sagen, habe ich jetzt auch in meiner Gegenwart... Nein, nein. Achso. Das muss von mir anders kommen. Das war ja jetzt auch mein Schurchsohn, was er gesagt hat. Was machen Sie? Wissen Sie, man steht in der Köthen. Entschuldigung. Was machen Sie sonst so? Beruflich? Ja, bin... Was machen Sie so eigentlich? Ich arbeite beim Binder. Beim was? Beim Binder. In der Slaveski gossen. Was ist das, der Binder? Nein, das ist so ein Glanzverpackungsunternehmen. Was für Verpackungen? Na, Kisten, Sackeln, so klassische Verpackungsgeschichten, aber nur in der Kleine. So eine kleine Familie, ein Gewätschen. Aber wenn ich eher der Alte bin, der war immer gut zu mir. Aber morgen gehe ich rein in die Bude und sage, das war's. Und wieso? Weil der Alte hat gesagt, ich krieg die Gehaltserhöhung. Der Junge hat's gestrichen. Und wann war das? Der Alte hat's mir gesagt, Ende 2005 war das gewesen, sei ja, lassen Sie mich schnell nachrechnen, ja. Vor ein Jahr, ne? Vor ein Jahr. Und dann habe ich die ganze Besprechung, das Personalgespräch, hat der Junge dann gemacht, weil der Alte fuhrt das. Und dann hat der Junge gesagt, na gut, aber da müssen wir das und das erreichen und das und das und das. Und ich guterlatsche, wie ich bin. So gut, ja, machen wir das und dann sehen wir weiter. Und dann habe ich's nicht gekriegt, ne? Schmeckt der nicht, der Raschenroulette? Wunsch? Ich will nicht sagen. Ich bin sehr zufrieden. Ich bin sehr. Und ich weiß jetzt auch, warum Roulette, weil es ein Sotteratmacher, ne? Na ja, richtig, genau. Also der hat schon einen schönen Schuss. Den habe ich ja selber kreiert. Da hat aber ordentlich einer reingeschossen. Wissen Sie, warum der so heißt? Weil so Raschenroulette und wenn sechs Leute das trinken, am Abend fliegt einer meistens um. So ist es. Es ist so ähnlich. Das ist der Schmei. Na, was haben Sie gesagt, machen Sie? Sie haben es jetzt erst erklärt. Ja, Dramaturg. Dramaturg. Haben Sie das schon mal gehört, was das ist? Das habe ich auch noch nicht. Dramaturg. Ja, aber im Theater halt quasi, ne? Der Dramaturg. Dramaturg. Der Dramaturg. Genau. Das ist Dramaturg. Das wird wahrscheinlich eh öfter zum Durch dran sein, ne? Beim Theater ist ja der Herr, der sucht die Stickeln aus, was spielen. Ach so, im Theater. Bei welchen sind Sie, im Burgtheater oder was? Ja, beim Schwedenplatztheater. Schwedenplatztheater? Ach so, du spielst da? Spielst du so ein Nestroll oder was? Ja, also jetzt spielen wir gerade Luststickel heute. Nestroll. Ja, super. Ja, Nestroll, Robins Nest, das hat es einmal gegeben. Was war das? Das war eine Fernsehsendung dazu mal. Robins Nest und ein kleines Restaurant. Ach so. Robins Nest, ne? Damals alle Mutschipitscher. Ja, bitte. Ich weiß, dass Sie das einzig sind. Sollen Sie noch extra Knoblaufer streicheln? Nein, nein. Ich weiß nicht, das hat mich Knoblaufer. Wenn Sie heute noch in den Nachkampf gingen, war es ja nicht, ne? Schon wieder so unterschwellig daher. Ich sag's immer dazu. Ich sag's immer noch in den Nachkampf. Und dann fühl... Aber nur... Na, aber Sie selber haben es nicht so viel gedacht bei der Gelegenheit. Na ja, das treut mir nicht mehr. Na, darf das wahr sein? Ich meine, ich bin eine Dame. Ja. Was sagst du zu meinem Schutz? Ja. Wie heißen Sie? Dramaturg. Na ja, das ist... Norbert. Ja, Norbert. Der ist der Beste da hinter der Pudel. Ich sag das zum zweiten Mal, falls es heute noch in Ihnen fett geht. Nein, ich will Ihnen wirklich nicht zurückgehen. Also wirklich nur, wenn Sie nicht... Wunderbar. Und pass es noch auf. Vielleicht wünschen Sie Ihnen das besser gar nicht. Weil wenn ich Ihnen fett gehe... Na ja, das ist schon eine schöne Frage. Dann will ich chill auf mich. Achso. Na ja. Ja, ist das... Das klingt doch gefährlich. Na ja, gefährlich. Das klingt doch gefährlich. Na ja, ist alles halb so wild, wo es werden schon so Huskys. Haben wir da wild Katzen leicht beinahe? Na ja, das... Von dem können schon ausgehen, Herr Schäufe. Ja. Wolltest du das auch probieren? Das Salamucci-Piccia? Salamucci? Was ist das geschwindet? Nein, das ist das Lange, was um die... Ja, 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 ja. ...aufgelegt ist mit Salami und dann eingerollt. Ja, gerne, nehme ich an. Das ist sehr gut. Das schaut gut aus, ja? Das ist wirklich sehr gut. Und ist da Ketchup dabei oder irgendwas? Okay, dann kann ich nur dazu machen. Und eine Butter obendrauf vielleicht noch? Nein, es wird frittiert auch noch für sich. Ja, könnt ihr trotzdem... Das muss man mit Butter bestreichen ein bisschen. Ja, dann auch, ja, dass das ein Gesicht hat. So lange Ihnen... Ja, das glänzt mehr dann. Da wird die Butter zerrindert ein bisschen. Ja. Sollen Sie noch ein extra Öl noch aufgeträufen? Ja, bitte. Ich glaube, ich glaube, so lange Ihnen jetzt ein ganz persönliches Langostangerl umgetrückt, geht es eh noch, ne? Eher der Orge. Ja, so das meinen Sie. Na ja, gut, das macht er nicht. Nein. Na, weil es gut, ich habe vorher... Ich war ja vorher, wenn wir noch über die Bohnen geredet haben, bin ich... Mit dem Bohnen haben wir einen Springbrunnen. Mit dem Bohnen haben wir einen Springbrunnen. Ja, das haben Sie Zeit, das haben Sie zur Draht schon mal gesehen. Und das war da auch am Kälter. Das war... Ja, da fuhren haben Sie es. Mit dem Bohnen, ja. Die Kinder haben sehr viel Sachen. Und das gibt es nicht mehr? Nein, morgen werden Sie es wieder auf. Nein, die sperren zu. Wir sind ja die Einzigen, die die Konzession auf 12 Uhr haben. Ach so. Und normal. Na ja, die anderen sperren ja früher zu. Wahrscheinlich kommt irgendein Politiker, zu Ihnen, der sich Ihnen erlaubt hat. Na ja. Nein, das ist, weil wir nicht offiziell ein Bundstand sind, sondern ein Würstelstand auch. Ach so. Na und sagen Sie, wie ist das Geschäft da so? Es geht. Es geht. Wir haben ja die Hauptdepontate, das haben wir ja am 9. Da haben wir einen Stand, der fix das ganze Jahr ist. Nein, aber ich meine jetzt doch. Jetzt haben wir Twenten. Ja. War es zu lange warm, ne? Nein, das war mir sehr gut. Die Leute kommen trotzdem. Aber ich sage einmal, von der Stimmung her ist es halt heuer, wenn weniger Schnee ist. Klar, die Leute wollen es nicht. Aber ich sage, obwohl es gelder war letztes Jahr, waren mir ein bisschen mehr Leute. Aber es zahlt sich aus, dass wir da stehen. Daher, sie waren eh letztes Jahr. Ja, ja. Sie kommen, oder letztes Jahr haben wir mehr Schnee gehabt, gell? Ich glaube schon, letztes Jahr war mehr Schnee. Wie schmeckt es Ihnen? Sehr gut, sehr gut. Tadlos, danke. Haben Sie noch einen Hunger? Ja. Gibt es noch was? Ja, weil ich hätte noch was für Ihnen. Ja, bitte. Das ist genau auf Sie zugeschnitten. Das passt nämlich ganz genau zu Ihrem Geschmack. Das ist nämlich ein Peperoni-Langosch. Das sind zwei Langosch, wo wir quasi so ein Sandwich machen und dazwischen lauter Peperoni. Und über das Ganze ist ein gratinierter Käse, ein Emmentaler. Und das wird dann zusammengerollt. Das können Sie essen wie ein Hotdog. Möchtest du das ausprobieren? Ja, sehr gern. Dann nehmen wir das einmal. Und gibt es noch was zum Trinken vielleicht? Ja, passen Sie auf. Double Rushen. Sagt Ihnen das was? Klingelst du? Ein Double Rushen. Double Rushen. Das ist so wie ein Rushen-Roulette, nur der doppelte Vodka drin. Also das zwei Leute umfallen von sechs. Dann fängern Sie auf. Eins zu drei. Das Verhältnis eins zu drei. Zwei zu drei. Was ist denn eine Frau? Probieren wir das? Freut es euch? Freut es euch? Nein, ich glaube nicht. Ja? Geht auf mich die Runde. Nein, hören Sie auf. Geht auf mich die Runde. Nein, wir müssen Sie es nicht einladen. Aber ich sage Ihnen was, ich muss auf der Seite, muss ich runterklappen. Ich will jetzt nicht, dass noch welche dazukommen. Gut, es geht um die Zeit, dass ich kaum mehr mehr zuwähre. Das wundert mich doch eigentlich, dass nicht mehr Leute sein muss. Naja, unter der Woche, Freitag, Samstag ist mehr, muss man auch dazusagen. Na, gehen wir auf einen Double Rushen? Ja, gern. Double Rushen. Dann machen wir Double Rushen, ja. Was soll denn passieren, hä? Kann ja nix passieren, oder? Ja, nix. Gar nix kann passieren. Außer, dass einer von uns drei umfällt. Genau. Ganz zu drei haben wir gesagt. Den packen wir uns dann zusammen, ne? Genau, müssen wir nur Dressen austauschen. Jetzt sage ich Ihnen was, jetzt habe ich gleich einen Triple Rushen gemacht. 1 zu 2 Verhältnis. Was sind denn so, normal sind 2 Centiliter oder 4 Centiliter. Das heißt jetzt beim Triple sind 12. Das ist ja fast ein Ochtel, ne? Na ja, 1 zu 2. Na, ein Ochtel ist ein Zwöftel, ne? Das ist ja 12 Centiliter. Nein, das ist kein Ochtel. 12,5. 125. Na ja, wenn ich 12,5 und ein Ochtel nehme, komme ich auf ein 100. Da hätte ich mir fast schon von einer. Das ist alles ein Ochtel Rushen, ne? Nein, entschuldigen. Dann ist 2 ist ein Ding, genau. Der Doppel, der ist 4. Und der Doppel Rushen ist 4. Jetzt haben wir 6. Jetzt haben wir 6. Na, dann machen wir das Faktorielle. Dann trinken wir noch ein Doppel Rushen Faktorielle. Nein, als nächstes, ne? Nein, ja. So, also zum Wohl. Ja, zum Wohl. Ja. Und Sie schauen so traurig? Was schauen Sie? Ja, das passt schon. Was ist denn los? Ja, pfff. Ja, es passt im Prinzip, aber beruflich ist alles okay. Ja? Beruflich? Ja. Das ist noch nicht die ganze Mitte, der Beruf. Ich sage gar nicht mehr. Es ist halbe, halbe. Es muss das Private und das Berufliche stimmen. Ja, ja. Das ist auch, wenn es immer, wenn man in die ganzen Probleme, wo die Probleme besprochen werden in den Zeitungen, da sagen sie immer beruflich und privat. Wenn die zweimal sind, ich sage alles auf der Basis von einer Gesundheit, wissen Sie. Aber wollen Sie noch ein Ding an Salamucci Burger? Ja, gerne. Ja? Für Sie auch eine Frau? Ja, ein Salamucci, ne? Das ist ein aufgeschnittene Stangen, also Salamucci Burger ist ein aufgeschnittene Stangen Salami, ja? Die sind in der Mitte, so wie wenn man ein Brot, genau, es ist eine große, wenn man Brot aufschneit und innen drinnen liegt ein Langosch. Und innen drinnen ein paar Breiseln, umgekehrt als sonst. Ja, genau, das ist genau das Vertrag, aber es schmeckt gut. Na gut, aber das muss ja schön was kosten, so ein Salamucci, das ist ja der Wurst. Nein, das ist nicht die ganze lange, nicht die ganze lange, das ist ein Stickel, schauen Sie sich schon das aus. Aber ist gut. Na ja, oh ja. Ist gut. Ja, dann nehme ich das noch. Ja, sehr gern. Ein Schnapsel dazu hat er, oder? Ja, ja, aber es ist ja Wurst, das ist ja bitte, ja. Ja, kann es nicht gerade aus, oder? Ja. Oder ein Bunsch? Nein, nehmen wir einen doppelten Schnaps, vielleicht. Einen doppelten, was jetzt, einen doppelten Schnaps, oder einen Wacholder? Ja, bitte, das ist. Ich kann Ihnen einen Pur auch geben, oder wir machen einen Bärenpunsch. Einen doppelten Wacholder-Schnaps, Pur. Ohne Bunsch? Ja. Pur. Unschloss glücklich, ne? Ja. Das ist gut. Und die dicke Frau? Nein, das ist nichts für mich. Was? Ich nehme vielleicht einen Bärenitz. Was ich gesagt habe, nein, dass ich nehme einen Dribbel. Einen Dribbel-Raschel. Einen Dribbel-Raschel. Na ja, bitte. Ist das? Nix dabei. Na ja, klar. Na ja, dass ich schon langsam gespür, dass Alkohol auch drin ist. Na ja, ja. Im Bunsch. Und weil ich wissen wollte vom Herrn, das Dramaturg, da sind Sie richtig angestellt? Oder wie ist das beim Theater? Da gehen Sie jeden Tag in die Arbeit und was machst du da? Na ja, ich arbeite halt mit den Schauspielern und mit den Regisseursamen. Aha. Und bei den Proben bin ich dabei, schauen wir uns an, was wir so machen. Aber das ist ja immer am Abend dann die Vorstellung. Ja, bei der Vorstellung selber muss ich nicht mehr dabei sein, aber untertags bin ich dabei. Weil ich denke mir, wenn man Familie hat oder so, oder in einer Beziehung ist. Ich meine, meine Frau ist das gewohnt, dass ich nicht heimkomme, ne? Muss man auch sagen. Ich meine, aber jetzt in der Vorweihnachtszeit und am Weihnachten, solange ich den Stand offen habe, gut, sonst steht es sich, steht ja am anderen Stand auch dann oft. Aber ich sage halt, unsere Kinder sind schon groß, ne? Aber wenn ich immer das ganze Jahr nie am Abend daheim bin, regt das Jahr wieder auf. Jetzt wollte ich nur fragen, weil das in Ihrem Job ist, ne? Ja, es ist mal so, mal so, also, ja, bis vor kurzem war es schwierig, aber wahrscheinlich, aber jetzt bin ich wieder Solo und... Ach, sind Sie Solo? Mhm. Haben Sie gar keinen Freund? Aha. Ja, also, das ist noch nicht ganz sicher, also... Wo ist es jetzt? Ja, also, ja, also, nein, also, ansichtlich ist es nicht so mehr. Also, ich habe eine Beziehung gehabt, aber das ist gerade ein bisschen am Trainer. Ich glaube, wir machen jetzt mal kurz eine Pause, zumindest haben wir gesagt. Ah, ja. Von Ihnen aus, oder geht es von Ihnen aus? Ja, also, mich hat es auch schon länger gestört, an sich, aber... Also, ich wollte eh schon länger auch eine Pause machen, aber gesagt hat es von Sie. Also, wenn man ja denkt. Ach so, wieso? Also, es geht meistens von Ihnen aus. Ach so? Ja. Ja. Ich bin seit 25 Jahren mit meiner. Das biegt. Das biegt. Und sind Sie immer treu geblieben? Ja. Glaube ich Ihnen nicht. Ja? Glaube ich Ihnen nicht. Und war es Ihnen so? Glaube ich Ihnen nicht. Der steigt mir zu, war wie kein Zweiter. Das ist ja unter Störung, bitte. Na, stöhnen Sie Ihnen vor, haben Sie zu mir gesagt vor zehn Minuten, oder was das war. Ja, das ist sicher. Und jetzt hat er noch nie... Na, gehen Sie. Das kennen Sie. Ich weiß nicht, wem dazu. Nein, meine Frau weiß, was hat, was treu ist bei mir. Die weiß, dass ich sage, eine schöne Frau schaue ich auch. Aber sie schaut sich genauso. Sie sagt genauso. Wenn wir fernschauen, und wenn der ist, was mir so gut gefällt, der Robert Redford, wenn der ist, da ist gleich kein Ding. Das weiß ich auch. Wo ich immer sage, naja, ich meine, klar darfst du schauen, aber treu im Sinne von, dass quasi nur wir miteinander, und das ist, das biegt. Das sage ich, das biegt. Bravo. Aber fernschauen, wenn sie dann nicht schauen dürfen, war das ja auch Blödsinn. Nein, ja, eben. Das ist ganze Kasselsport. Fernschauen ohne Schauen, das bringt nicht viel. Aber, und, 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 tut es Ihnen weh, ne? Ja, pff, geht es. Ja, also schauen wir mal. Was tut er noch für? Er hat auch Vorteile. Ein wenig der Freundin. Ich denke mal, dafür, das ist gut, dass man braucht auf niemanden mehr Rücksicht nehmen, und man kann hingehen, wo man will, und ich kann... Naja, klar, sonst würden sie wahrscheinlich nicht so einen so guten Punkt spielen. Aber sage ich Ihnen was, Herr Dreiberg, ich sage Ihnen was, bevor ich meine jetzige Frau kennengelernt habe, das war ein halbes Jahr davor, ja, habe ich eine gehabt, die hat mich runtergekaut. Ich habe in meinem ganzen Leben, das kann ich sagen, ich war bis zu dem Zeitpunkt, gut, bis ich nachher meine Frau kennengelernt habe, bis zu dem Zeitpunkt, ja, habe ich es noch nie erlebt, als ich so verliebt war und so Rots und Wasser gehalt habe, ja, wie mich die verlassen hat, wie mich die runtergekaut hat, ja. Und ein paar Monate später habe ich mich leichter gefangen und dann habe ich meine jetzige Frau kennengelernt. Wenn ich mit der zusammengeblieben wäre, halt, ja, ich weiß nicht, wie oft es mich runtergekaut, aber wissen Sie, was ich meine, oft kommt genau so etwas Schlechtem, was man als so schlecht empfindet, das räumt das Feld auf, ja, dass man was Gutes kennenlernen kann. Ich weiß, ich bin kein Ding, ich bin kein Psychologe, ja, ich kann das nicht so erklären, aber, aber wissen Sie, was ich meine, es ist nicht aller Schlecht, was sich schlecht ausgespielt aufs Erste. Wie heißt es denn, die Irrige? Na, ist ja nicht mehr die Seinige, hat er ja gesagt, ist ja ein Paus, ja. Ja, ist nicht mehr. Wie heißt es? Petra hat es geheißen. Petra. Vielleicht tun Sie sich leichter, wenn Sie sich vorstellen, dass Sie mit irgendwelchen anderen um ein Dumbo dort. Was? Ja, will ich eigentlich nicht. Was soll denn das heißen? Na, dass es nicht so schwer ist, vom Trennungsschmerzen. Was ist denn das für ein Blödsinn, was dann, ich meine... Ja, was reden Sie, was reden Sie, das ist eine von Blödsinn. Er redet her, und ich darf nicht, ich darf meine Meinung... Sie können eine Meinung, aber das ist ja... Na ja, gut, ja, ich lasse es Ihnen. Wollt ihr noch lieber Kassiml? Haben Sie ein Knacker, da? Ein Knackwurst? Ich hätte gerne ein Knacker. Na klar können Sie ein Knack haben. Mit einem... Haben Sie so einen bayerischen Senf? Ja, klar. Ein süßer, ne? Ja, ein süßer. Und ein Pugel dazu? Wenn das ist eine Kombination, sage ich, wo ich nicht... Nein, sagen kann. Aber dann sage ich Ihnen was, Kniff, da gebe ich Ihnen jetzt ein Bier dazu. Zu dem gehört ein Bier, oder? Jetzt noch... Na, nach der Inflation von Raschen, Double, Raschen, Triple, Raschen, jetzt soll ich... Ja, gut, das ist vielleicht, ja... Bier, Wein, lass das sein. Ich meine, das müssen Sie als Erster wissen. Jetzt wollen Sie mit so einem Bier verzahlen, dass Sie gefällt mir. Ich weiß nicht, da muss man ja einen Sauermagen haben, damit wir das durchstehen. Na, aber... Na, wie es wollen. Ich meine... Ja, also ich war ja dabei bei einem Bier, weil wir haben einen Käsegräiner... Wollt Sie auch knacken? Dann haben Sie einen Käsegräiner mit einem Zwiebelsenf. Ja. Dann nehmen wir das. Sicher, ein schön knuspriger Käsegräiner. Wollen Sie gleich zwei? Ja. Ja, oft ist es so, man isst eine und dann hat man nachher das Gefühl, es ist eine Leere im Bauch. Ja, da... Gell? Und das will nicht ersparen. Es ist eine schöne Frau, die Peter. Ja, an sich schon, auf einem gute Figur hält. Ja, hat es ein gutes Gestell. Na ja. Das ist natürlich schon schön, wenn es nicht nur sonst passt, sondern wenn es dann auch noch eine gute Figur hat. Wenn es in Ordnung ist und nicht nur daheim. Ja. Ja. Was darstellt, dann ist es natürlich besser. Ja, die Scheinwerfer sind eigentlich auch nur. Ja. Ja, sichtbar, weiß ich. Das gehört zu einer richtigen Frau dazu, ne? Okay. Nein, dann ist es schon schade. Warum hat es einen Schluss gemacht eigentlich? Weiß ich nicht so genau. Also Sie hat gesagt... Was hat es gesagt? Ich weiß, Sie haben es auch schon vorher überlegt, ne? Ja, das war irgendwie komisch und das hat es dann am Schluss, wenn andere kennenlernen. Sie sagt zwar, das ist nicht wegen dem, aber ich glaube schon, dass es wegen dem ist. Ah, weih. Ah, weih. Und jetzt sagen Sie eher mal als Tipp, er soll sich vorstellen, wie es sie mit dem Neichen ist. Naja. Das tut ja weih. Zum Vergessen. Er soll sich das vorstellen zum Vergessen? Naja. Was ist denn das für Tipp? Soll er sich das nicht vorstellen? Schön. Wollen Sie nur ein Triple rushen? Ja. Gehen Sie mir nur ein. Wegen der Köden. Jetzt kann ich schon langsam mit Triple rushen, haben wir gesagt, es sind 6 Centiliter, ne? Ich kann Ihnen normal nachgeben. Oder der zweite oder der dritte? Nein, der zweite war er das. Nein, aber ich sage Ihnen was. Dann sind wir noch ein paar. Dann sind wir noch ein Double gehabt, ne? Dann sind wir noch ein Double mit 4. Ja. Es sind 6, es sind 6, 12, es sind 16. Sind Sie in der Buchhaltung, weil Sie immer so viel rechnen? Ja. Wirklich? Ja. Und? Leiband? Leiband? Was ist da? Es sind halt Zahlen. Ich bin zwar in der Buchhaltung, aber ich sage nicht, dass Zahlen für sich auch Abenteuer sind. Das kann ich nicht behaupten. Ganz ehrlich. Was ist Ihr Abenteuer? Haben Sie ein Abenteuer? Was? Sie stellen Fragen, was plötzlich große Lebensfragen. werden vorhanden. Das stellt sich ja auch für eine Riesenfrage. Was haben Sie für Abenteuer? Was ist, wenn man keine Abenteuer mehr hat? Was ist dann? Der Heller sagt ja, die wahren Abenteuer sind im Kopf. Ja. Der Ding, der was ist. Oder auf den Kopf. Oder auf den Kopf, wenn ich mir seine Frisur ausschaue. Er der Weische, Leute. Hör gescheit, ne? Na gut, der tut es aber gut. Nein, ich auch nicht. Das ist arrogant. Der tut immer so gescheit reden. Ja, das ist arrogant. Aber die Show, wo ich das auch nicht habe, habe ich gesehen. Also haben Sie das Afrika-Afrika gesehen? Nein, das habe ich nicht gesehen, aber da hat er einmal schon was gemacht mit so Artisten. Die sind schon gut. Zirkus? Ja, ein Zirkus war das, genau. Was ist denn, was steckt denn da dahinter? Wahrscheinlich müssen ihm die willigen Nubi-Rinnen dienen und dann bringt er den ganzen Zirkus nach Europa, ne? Nein, gut, das weiß ich nicht. Der wird schon auf seine Kosten kommen mit den Noggen und Schwarzen. Da muss ich mir auch keine suchen, ne? Na ja. Aber wissen tut man es auch nicht, ne? Wer weiß. Nein, weiß. Nein, weiß. Aber sympathisch ist. Mir muss ja nicht jeder sympathisch sein. Im Ding hat er gesagt, bei ihm, das ist das, was er hat, die Künstler. Und ich habe gesagt, denen geht es genauso wie der Madonna. Wieso? Und so gut geht es ihnen. Wie der Madonna. Ha. Der Sängerin. Na ja. Geht es dir so gut? Na ja, wahrscheinlich. Die ist ja recht populär. So stopfen du das? Oder was? Wer weiß. Ich weiß nicht, aber so schön hat das. Die kann ja reichlich aber suchen haben. Das weiß ja keiner. Er hat das in dem Sinn, eben auf den Vorwurf, dass die ausgebeutet werden. Nichts zum Fressen haben. Oder das, ja, das ist keine schöne Kadarroger. Da hat er gesagt, nein, die arbeiten. Ja, aber das ist ja übertrieben. Da braucht ja jeder bedient werden wie die Madonna. Ja. Auf jeden Fall kann ich mir nicht falsch sein. Weil wenn es ihnen so gut geht wie die Madonna, würde ich die Madonna auch beim Heller mitmachen. Na und wissen Sie was? Wenn das so wahr hat, dann müssen die, die wohnen ja in Zelt. Haben Sie das gesehen? Dort beim Brot, beim Messergelände. Die wohnen in Zelte. Aha. Die ganzen Viecher aus Afrika, die müssen ja falsch sein. Die sind ja ein Sonn und ein Hitz gewohnt. Das kann ich mir sowieso nicht vorstellen. Das kommt noch dazu, ja. Aber das ist mit den Abenteuer. Nein, also ich komme auf meine Abenteuer nicht durchs Lesen. Ja. Durchs Lesen so. Was ist denn da? Ein Staberl oder? Das ist auch kein Richtiges Obenteuer. Nein. Und das neue Österreich ist auch kein Obenteuer-Urlaub. Sag ich ganz offen. Ja. Ja. Das sind auch Plätze. Ja, na man geht halt, das ist eh, es ist eh, es ist ja für mich auch so. Was? Ich meine ja, ich stehe halt auf meinem Würstelstand, wissen Sie was ich meine, normal im ganzen Jahr. Und einmal in ein paar Wochen habe ich einen Punsch. Mhm. Oder was, das ist dann die Abwechslung. Aber ich sage einmal, die... Aber ich sage, er rucht sich auch nicht gerade nach oben der Bua auf. Ja, aber wer bin ich denn? Bin ich der Allschät dahin? Das fragst du mich? Ich bin ja nicht der Allschät dahin. Das fragt er mich? Na, wie heißt das denn? Der schaut gut aus. Das Ding, wir haben ihn... Er legt Spacka. Er legt Spacka, ja. Er legt Spacka. Aber das war ein Fächer. Das ist ein Mann. Das ist ein Mann. Wissen Sie, dass der... Wie der gesturmt ist, hat den keiner mehr gekannt. Was? Na, der ist gesturmt auf der Strasse. Der Schosserwohn von jem... Nein, nicht. Nicht der Schosserwohn, der ist da abgegangen auf der Strasse und hat keinen Ausweis, der bei und keiner Kultführer ist. In einer Westernstadt oder wo? Nein, in New York oder was? Ist ja im Westen. Wieso? Das ist ja nicht... Der muss ja irgendwo in Texas oder so. Nein. Das war ja nur ein Schauspieler. Der war ja ein Schauspieler. Kein echter Kabel. Die echten Kabel sind schon längst ausgestorben. Die gibt es gar nicht mehr. Naja, aber bitte. Das sind ja gefilmt worden. Das muss ja irgendeiner... Das kann ja nicht. Nein. Oder war das... Ist das alles nur gestört? Ja, jetzt... Nein. Nein, jetzt habe ich ein bisschen am Schmeck. weichgehofft. Ich habe es kurz so weichgehofft. Ich habe es gesehen, dass sie eine Unsicherung ist. Ach schon? Ja, stimmt. Nein, aber es ist wahr. Er, der Lex Parker, ein Püdel von einem Mann. Ein Püdel von einem Mann. Muss man jetzt sagen. Der ist immer schön frisiert oder ausgeteilt und schön frisiert geblieben, in sein Leder hämmert. Das war ein Mann für meinen Schritz-Og. Der geht mein Tempo. So kann ich mir das vorstellen. Ja. Bei denen würde ich gerne die Rothaut machen. Der ist ja für die einen Weiber gestanden letztendlich. Ja, ja. Und auf den Schnutschi. Ja, ja. Der wollte ja mit der Schwester von mir nicht tun, letztendlich. Ja, aber die ist dann... Die ist ihm ja gestuhen. Die ist ihm weggestuhen. Ja, tragisch. Nee, weil sie sagen, schrie, wo ist der Käsegräiner? Ein Käsegräiner? Aber das Herz auf einen Käsegräiner kommen sie aber nicht, wenn sie an meinen Schrieer denken, hofft einer. Nein, weil sie gerecht haben. Ja, der ist der Beste. Ja, der unter, der ist der unterschwellig, heißt. Das darf ich nicht wahr sein. Naja. Wo ist der Käsegräiner? Naja, sicherlich gerne, danke. Mit einem Ding, in einem Hotdog drinnen oder in einer... In einem Hotdog? Naja, in einer Sämre holen wir. Naja, in einem Hotdog. Vielleicht holen sie irgend so eine Camille oder eine Sämre aus der Afrika, Afrika schon, Und du dann... Nein, geben sie mir es einfach als Erlediger. Du, jetzt brauchen sie es ja nicht gesagt, und spüren sie ihnen das Geschehen. Mit einem Brot? Mit einem Brot. Ja, naja. Oder haben sie ein Sämre? Ja, oder ein Sämre? Wenn sie das gegessen sind, so gut, geben sie mir lieber ein Sämre. Ja, gut. Ja, aber ich kann es ihnen eine geben auch. Ernsthaft mit dem eine geben. Ich hätte es gerne so als Erlediger. Naja, gut. Wenn sie es gut sind, schneiden sie es auf. Scheiben. Ja, klar. Mach ich. Na, was wird die Peter gerade machen? Hat sie lange Haare gehabt oder kurzer? Jetzt lassen sie einmal in Ruhe, Jens. Lassen sie ja. Ich lasse ja, aber... Lange hat sie es gehabt. Na, schön. Schön. Na, Frau mit lange Haare, mit einem guten Gestell. Ja. Schade. Schade, dass nichts mehr ist. Ja, aber... Jetzt lassen sie einmal in Ruhe, Jens. Das Ding. Na, weil man muss das Leben eh nehmen, so wie es ist, ne? So, ich muss jetzt einmal nicht zuvielfüllen. Vielleicht wenn es noch... Ja. Vielleicht ist es noch ihr Traumfrau, weißt du es? Ja. Vielleicht ist es eine, was noch fäscher ist und noch lustiger ist. Zwar unwahrscheinlich, aber... Jetzt hat er es schon mitgekommen. Ich gehe jetzt... Ich gehe mir ausschlafen und schaue mir, was morgen passiert. Gut. Was morgen passiert? Morgen sage ich den alten und den Jungen, dass ich nicht immer mehr in der Bude bin. Das passiert morgen. Ja, aber da kommen sie nachher vorbei, da haben wir auch ausstoßen auf das. Ja, komm ich morgen wieder vorbei. Ja, 10.50 Uhr war der Offen. Die zweite Runde ist auf mich gegangen. 20 Paar, danke. 20? Machen wir 18. Ja, oder? Okay. Oder nein, machen wir da 20, oder? Machen wir 23, oder? 23, ja, gut. Gutes Dramatur verdienen Sie gut. Das geht so. Jetzt. Okay. Sieht da hinten der Bildschirm ausgefallen. Ja, ja. Ich sage es schon. Vielleicht von der technischen. Da sind wir von der Technik. Nein, das ist nur der Bildschirm schon. Da wollen wir lange nicht, wo es keine Rechnung machen. Jetzt habe ich ausgedruckt, jetzt geht es euch schon wieder. So. Gut, kriegen Sie raus, sie 80. Schon. Und da sind wir schon Paar. Ja, super. Kriegen Sie noch was? Ich kriege noch ein Fruchtauchterl. Ja, und dann bin ich schon. Und dann zwitsche ich schon davon. Na gut. So. Das sind in der Rechnung. Gut, Dankeschön. Danke. 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 Vielen Dank.